Ja, Flocke war vorhin zu Hause und da kann man ja auch. Oh, danke. Bis gleich. Ja, schau, wohin gehst du denn? Wieder rein. Ja, super. Die ist klasse, die Steffi. Ist doch super. Flocke wird heute nicht mehr zurückgerufen. Wenn Flocke von Steffi erfährt, dann rastet er aus. Bei diesen Bildern bestimmt. Und jetzt?